Eines will ich unmissverständlich klarstellen. Wenn Sie gedacht haben, uns kommt irgendjemand zu Hilfe, dann haben Sie sich mächtig getäuscht. Jetzt gilt es, es gibt nur uns und wir sind dabei zu versagen. Glaubst du die Geschichte? Osama Bin Laden? Ja, was macht dich so sicher? Ihre Überzeugung. Sie werden ihn niemals finden. Wenn Sie recht haben, wird die ganze Welt dabei sein wollen. Soll ich ehrlich sein? Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich bin nicht Ihr Freund. Werde Ihnen nicht helfen. Ich werde Sie brechen. Noch Fragen? Eins will ich... Eins will ich...